Ja, hallo und herzlich willkommen zu der Tora Portion Vahikra. Mit der Portion verbinden wir typischerweise die Opfergaben. Und die Portion Vahikra, die geht vom 3. Mose 1, Vers 1 bis Kapitel 5, 26, zum Ende des Kapitels sozusagen. Und die Reihenfolge der Opfergaben sind so, wie du sie hier in der Grafik aufgestellt siehst. Das beginnt mit dem Brandopfer, dann das Speisopfer, dann das Friedensopfer und dann erst das Khatat, Sündopfer und dann folgt das Schuldopfer, Ascham. Später wird sich die Reihenfolge in der nächsten Portion etwas ändern. Da werden wir nochmal Bestimmungen lesen, zu was mit den Opfergaben passieren soll, gewisse Aspekte davon, was zu berücksichtigen ist. Und dann wird sich die Reihe mit dem Shilamim, mit dem Friedensopfer abschließen. Du siehst hier aufgestellt, dass das Shilamim, das Friedensopfer, hier wo das Lamm abgebildet ist, das ist ein zentrales Opfer. Wir wollen wieder Frieden haben mit unserem Schöpfer und bevor das passieren kann, müssten wir die Opfergaben davor schon berücksichtigt haben. Was also hat es auf sich, dass man hier einen ganzen Kapitel hat über Opfergaben? Wir haben jetzt schon die Mishkan, die Stiftete behandelt und diese Portion, wenn wir gleich sehen, knüpft ja an, an dem was vorher schon passiert ist. Es ist auch das zentrale Buch, Vayikra oder Leviticus, in diesem Buch, in diesem zentralen Buch der Tora, das erste Buch Mose, das zweite Buch Mose, dann Vayikra, zentrales Thema. Da geht es um die Heiligung, wie das Volk jetzt zu wandeln hat und inwiefern es seine Beziehung zum Schöpfer aufrechthalten kann. Also ein wichtiges, zentrales Thema. Was muss das Volk jetzt tun? Was muss das Volk jetzt hier vollbringen? Muss es etwas überhaupt tun, um in dieser Beziehung zu bleiben? Vayikra sagt ja ganz klar ja. Und dann das vierte, fünfte Buch Mose, das dritte Buch also zentral in der Mitte. Das ist zu verstehen. In diesem Buch lesen wir auch über die unreinen Tieren und wie damit umzugehen ist, wenn Unreinheit an uns ist, dass Unreinheit aus dem Lager muss, dass wir uns von Unreinheit fernhalten sollen etc. Also zentrales Thema, fern von, dass die Tora ist alt und brauchst du nicht mehr, wir haben eine neue Beziehung jetzt in Jesus Christus. Eigentlich ist es so, dass wenn du diese Aspekte verstehst, kannst du ganz schnell für dich selber bestimmen, bist du in der richtigen Beziehung zu Gott und kannst du es ernst nehmen, wenn jemand sagt, er liebt Gott mit seinem ganzen Herzen, aber er fehlt in diesen Punkten. Nicht, ob du ihn jetzt richten willst, sondern einfach um es einzuschätzen, ob das, was er sagt, wirklich wahrhaftig ist. Also Opfergaben, Mischkan, haben wir behandelt und wir wissen ja, dass der Allerhöchste jetzt hier eingezogen ist in das Allerheiligste. Ja, und wir wollen aber jetzt eine Beziehung zu ihm haben, denn wir können nicht da rein. Er ist da drin, in der Stiftshütte, da, in diesem Kubus, haben wir ja schon beschrieben, stellt das Perfekte dar. Später werden wir das neue Jerusalem herunterkommen sehen. Ein Würfel, so formig und dann steht drin in der Offenbarung, dass das zählt Gottes bei den Menschen. Das ist dann, wo wir ihn erst leibhaftig sehen können. Auf diesen Tag warten wir. Jetzt aktuell aber hört unsere Reise hier auf, okay? Hier bei diesem Brandopferaltar. Bis hierhin nur kommen wir. Und um ihn jetzt zu nahen, um jetzt Gott näher zu kommen, bringen wir unsere Opfergaben da. Das ist die Idee hinter den Opfergaben, okay? Am Anfang meines Glaubenslebens, als ich die Tora gelesen habe, nichts verstanden von warum diese ganzen Dinge hier geschrieben werden, da hatte ich mir gedacht, es muss etwas Kurioses sein, was die Israeliten da bekommen haben. Denn wie kann es Gott zufriedenstellen, dass ich eine Ziege nehme? Ich bringe es hier auf dem Opferaltar da. Es geht in Brand auf und das ist ein lieblicher Geruch für Gott. Und dann habe ich das immer durchgelesen, überflogen und dann weiter. Weil wir haben jetzt eine neue Bestimmung im Christentum durch Christus. Aber das Verständnis für mich war nie, dass wir nicht mehr opfern müssen. Manche lehren das und vielleicht leben das sogar auch. Kann ich nicht beurteilen. Es muss nichts mehr getan werden, weil diese ganzen Opfergaben, die sind jetzt erfüllt in Jeschua. Jeschua hat diese Opfergaben erfüllt durch seinen Opfertod. Das stimmt wohl. Alle Aspekte von was diese Opfergaben uns sagen, das hat Jeschua vollbracht. Aber du siehst ja, dass diese Opfergaben werden ja gebracht durch das Volk. Das ist nicht der Priester, der Mittler sozusagen, der jetzt dafür sorgt, dass jemand richtig opfern kann. Und typischerweise, die Opfergaben werden klassifiziert oder unterteilt zwischen blutige Opfer, das was du wirklich schächten musst, Tieropfer sozusagen, und Speisopfer, nicht blutige Opfer. Ein Beispiel wäre auch das Schaubrot. Und hier in der Mishkan, haben wir ja schon beschrieben, in der Einleitung zur Stiftzüte, das wäre ein Opfer, was nicht blutig ist, was aber dargebracht werden kann. Im 4. Buch Mose Kapitel 15 werden wir später auch etwas lesen von Wein, dass das auch dargebracht werden kann als Opfer. Und natürlich hier das Mincha ist ein Speisopfer, entweder ein Mehlopfer, das könnte es sein, oder dass es in der Pfanne gebacken wurde als Brot, das Mehl, oder aber dass man geröstete Körner bringt. Also Speisopfer, was nicht blutig ist. Und was die Opfergaben immer alle gemeinsam haben, was die blutigen Opfer betrifft, es ist so, dass das Opfer muss makellos sein, dann geht ein Herr, dass man seine Hände auf das Opfer stützt und Blut wird gewonnen. Und laut 3. Mose 17 Vers 11 ist dieses Blut, was Sühnung für uns erwirkt auf dem Altar. Lass uns erstmal hier weitermachen, dass wir ein allgemeines Verständnis bekommen, für was diese Opfergaben überhaupt stehen. Und dieses Blut, es ist nicht so, dass nur weil ein Tier gestorben ist, kann jetzt etwas abgehakt werden im legalen System von Gott. Wenn jemand das tut, dann muss er das opfern. Macht er dies, soll er das bringen. Als ob du eine Liste abarbeitest. Wie so ein Katalog in einer Beziehung zu Gott. Das ist nicht, worum es geht. Und das werden wir hier sehen, während wir uns die Sachen angucken. Sondern, was ist dem Allerhöchsten wohlgefällig, wenn da jetzt da Blut gebracht wird. Na, es stellt etwas dar, was wir verstehen sollen. Denn das Wort im Hebräischen, das uns vergeben wird oder das für uns gesühnt wird, Kapar, das Wort haben wir uns jetzt schon einige Male angeschaut in den Portionen. Das Blut symbolisiert, dass das Unschuldige gestorben ist für den, der schuldig war. Und das Hände aufstützen, es ist nicht mehr nur so, dass meine Sünden werden auf das Tier transferiert, sondern ich stimme damit überein, dass dieses Tier, was jetzt gerade stirbt für mich, an meiner Stelle, dass ich mich damit identifiziere, dass mein Tod da drin zu sehen ist. Der fleischliche Tod, dass ich sage, ich möchte das aufgeben, das Sündhaftige. Mein Herz dahinter ist, ich will das nicht mehr. Dieses Tier stirbt jetzt an meiner Stelle für die Sünde, die ich getan habe. Das ist das Prinzip hinter diese Hände aufstützen, ja. Und ja, im Gedanklichen kann man sagen, somit überträgt sich die Sünde auf das Tier, aber rein von der Technik her ist es ja unmöglich. Die Sünde, die ein Mensch getan hat, die wird dann nicht rückgängig, weil das Tier jetzt stirbt. Sondern das Blut ist jetzt die Frucht von dem Ganzen, das geopfert wurde, geschächtet wurde und das wird da gebracht. Und wenn dieses Blut da ist, dann kann der Zorn Gottes abgewandt werden von dem, der gesündigt hat. Weil etwas Unschuldiges ist ja gestorben. Und deswegen sind die Tiere dafür geeignet, weil ein Tier nicht in der Form sündigt, wie ein Mensch es tut. Ein Tier handelt aus Instinkt oder aus Triebe. Nicht aber aus Boswilligkeit oder aus Mutwilligkeit. Der Mensch hat aber diese Instanz moralisch unterscheiden zu können. Das Tier kann es nicht. Und deswegen ist das Blut des Tieres typischerweise von den, nur von den reinen Tieren, das repräsentiert den Unschuldigen, der stirbt für den, der gesündigt hat. So, und jetzt die Tiere, die rein sind zum Essen, sind auch die Dinge, die gebracht werden. Auch Speisopfer, Dinge, die man essen kann, ist im Prinzip das, was auch als Opfer dargebracht wird. Und die Idee ist natürlich, dass alles deutet auf diese geistige Nahrung, die uns am Leben hält. Und weil wir das fortwährend machen, dieses Herz dahinter, ist im Prinzip das, was sich hinter den Opfergaben verbirgt. Okay, kommst du noch mit? Der Allerhöchste ist im Allerheiligsten. Hier, wir möchten uns ihn nahen, aber unsere Reise hört hier auf. Und jetzt schauen wir hier, was steht im 2. Buch Mose 29, Vers 42. Achte mal auf diese Sprache. Wo haben wir das schon mal ungefähr vom Kontext her gehört, wo ich mit euch zusammenkommen werde? Das hatten wir, als der Bau für die Stiftzitte gegeben wurde, speziell bei dem Caporette. Du erinnerst dich, dass hier dieser Sühnedeckel, so wie es übersetzt wurde, das ist da, wo die zwei Cherubim da präsent sind. Und von dort steht eigentlich, dass von dort aus werde ich mit dir reden. Der Allerhöchste ist aber im Allerheiligsten. Jetzt steht, dass ein beständiges Brandopfer bei euren Geschlechtern an dem Eingang des Zeltes der Zusammenkunft vor Jehova. Wo ist der Eingang? Naja, das Zelt ist ja das hier. Das ist das Heilige. Das ist das Allerheiligste. Das Ganze ist das Zelt. Wo ist der Eingang? Der Eingang ist hier. Was steht am Eingang? Der Brandopferaltar. Und was steht jetzt hier? Wo ich mit euch zusammenkommen werde, um da selbst mit dir zu reden. Und der Part ist, dass wenn meine Reise hier aufhört, weiter komme ich nicht. Hier bin ich. Ich komme nicht in das Allerheiligste. Das ist der Ort, wo meine Zusammenkunft mit dem Schöpfer ist. Okay? Hier. Hier, da ist meine Zusammenkunft mit dem Schöpfer. Hier redet er mit mir. Deswegen meine Opfergaben sind ein Ausdruck dafür, dass ich Beziehung suche zu Gott. Das ist das Herz hinter den Opfergaben. Das ist, worum es geht. Das heißt, ja es ist freiwillig, aber ein Herz, welches zu Gott will, macht diese Dinge aus sich heraus. Du wirst sehen, 1. Mose Kapitel 4, dass nach dem Sündenfall der Ausdruck wieder zu Gott zu wollen, von dem man ja jetzt mal getrennt ist. Und in dieser Botschaft ist ja auch schon mal eine Gnade zu sehen. Wir sind getrennt, aber wir sind nicht ausgelöscht. Das heißt, wir können uns noch nahen. Aber wie? Kain und Abel haben das sofort verstanden. Durch Opfergaben. Nun, bei Kain, das Herz hinter den Opfergaben, war nicht das Herz, was Gott wollte. Und das ist nicht, worum es ging. Losha'ah im Hebräischen, er schaute nicht auf das Opfer von Kain und er nahm das Opfer von Abel an und Abel brachte ein Tieropfer. Ist interessant, ist ein Tieropfer, aber es wird etwas anderes genannt. Gucken wir uns gleich mal an. Und das Herz hinter dem Opfer ist, was den Menschen wohlgefällig macht. Die Handlungen, die er vollzieht, praktisch zu sehen in den Opfergaben, die er bringt, aus Dinge, die er ja kultiviert hat und die er ja erhalten oder beziehungsweise erzeugt hat, daraus etwas zu opfern, ist der Ausdruck, dass er mit Gott wieder eine Beziehung haben möchte, dass er in dieser Beziehung bleiben möchte. Das ist eigentlich die treibende Kraft hinter diesen Opfergaben. Und mehr als, dass jetzt nur ein Tier da verbrennt und das ist das, worum es geht. Okay. Schauen wir uns mal den Text an. Und Vajikra. Und Jehova rief Moschee und er redete zu ihm aus dem Zelte der Zusammenkunft und sprach. Und hier Vajikra el Moschee, so fängt jetzt die Portion an. Und Vajikra, hier dieses Wav, siehst du hier vorne. Und dieser Buchstabe Vav heißt auch Nagel oder ein Haken. Und du siehst das, es fängt an mit diesem Haken, Vav. Und sozusagen, diese Buchstabe verbindet das dritte Buch Mose mit dem zweiten Buch. Denn das haben wir gerade gelesen und da ging es um die Stiftete zum Beispiel. Ja. Die Stiftete wurde aufgerichtet, wurde gesalbt. Der Allerhöchste ist in das Allerheiligste gezogen. Der Bund wurde gebrochen, wiederhergestellt. Es gab einen Mittler. Die Leviten haben sich herauskristallisiert als die, die halt dann später auch dienen werden. Und diese ganzen Dinge, die gingen jetzt schon hervor. Und jetzt im dritten Buch muss ich jetzt verstehen, wie ist die Art und Weise, die vorgegeben ist, um mich zu nahen. Denn Gott wird mit mir nur sprechen beim Opferaltar. Und wenn jetzt das Prinzip von einem Tempel nicht mehr da ist, weil wir seit ungefähr 2000 Jahren keinen Tempel mehr haben, wo wir leibhaftig etwas bringen können. Was ist denn heute zu tun? Was ist denn das, was jemand heute machen soll, wenn er seine Opfergaben darbringen möchte? Ja? Die Antwort liegt ja für den einen oder anderen schon auf der Hand. Aber was gibt es praktisch zu machen? Es gibt ja natürlich Gruppen, die unterwegs sind und sagen nichts mehr davon. Wenn du noch irgendwas davon predigst, wäre das Werksgerechtigkeit. Das sind so Dinge, die haben sich reingeschlichen und nennen sich inspiriert vom Geist Gottes, dass jemand sowas sagt. Jemand verkündet das, nichts mehr musst du tun, weil diese ganzen Opfergaben sind erfüllt worden durch Christus. Schauen wir mal den Text jetzt an. Also war ich klar und er redete zu ihm aus dem Zelte der Zusammenkunft und sprach, rede zu den Kindern Israel. Und sprich zu ihnen, wenn ein Mensch von euch, dem Jehova, eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr vom Vieh, vom Rind und kleinen Vieh eure Opfergabe darbringen. Opfergabe, zu Opfern. Das Wort kommt aber in den Opfergaben eigentlich gar nicht so vor. Es gibt so Wörter im Hebräischen zum Beispiel, zu schlachten für einen Zweck im Religiösen, in Bezug auf, dass es einen Glaubenskontext hat, ist das Wort Savach. Speziell zu Schächten wegen dieses Ziels. Das wäre dann Savach oder Savach. Und der Brandopferaltar im Hebräischen ist Misbeach. Das ist da, wo das stattfindet. Aber das kommt nicht vor in dem Wort Opfergaben. Lass uns das mal lesen. Daber el bnei Israel, we amata Allahem, sagt ihnen, Adam, der Mensch, ki yakriv, michem korban. Das ist, was hier steht, wenn ein Mensch von euch, dem Jehova, eine Opfergabe darbringen will. Opfergabe kommt so nicht vor. Ja, der Kontext und das Verständnis ist, das ist eine Opfergabe, was da gerade dargebracht wird. Aber hier steht, wenn er opfern will, ki yakriv. Und hier ist das Wort yakriv, das ist eben hier viel. Wenn er opfern will, dann ki yakriv. Was er tut, er bringt seine Opfergaben dar. Das ist das Wort, du wirst gleich sehen, das wiederholt sich die Wurzel, korban. Das sind seine Opfergaben. Siehst du, die Wurzel wiederholt sich. Korban. Und dann gibt es ein anderes Wort. Du siehst, das ist jetzt hier die Wurzel direkt. Karaw. Siehst du, die Buchstaben. Wiederholen sich komplett. Karaw. Daher kommt die Idee von den Opfergaben aus diesem Wort. Also, du siehst hier in yakriv. Du siehst hier in korban. Und du siehst, das ist hier der Stamm. Karaw. Und das ist sich zu nahen. Also, das Wort, das etwas verbrannt wird oder das etwas geschlachtet wird, kommt in dem Wort Opfergaben im Hebräischen gar nicht vor. Die Idee ist das, die Produkte, die ich bringe, sind Produkte, die mich näher zu Gott bringen. Da Gott aber nichts braucht, sozusagen diese geistige Nahrung, das Essen, das was ich ja darbringe, sind ja Dinge, die man essen kann. Aber Gott braucht ja kein Essen, er hält mich ja am Leben. Aber der Kontext ist ja geistige Nahrung. Und geistige Nahrung ist ja das, was mich in Verbindung bringt mit Gott. Und weil ich das begehre, weil ich in einer Aktivität involviert bin, mein Herz dahinter, zeigt, dass das eine Wahrheit bei mir ist. Das ist, was Gott so wohlgefällig ist. Okay? Es beginnt mit dem Brandopferaltar. Auch hier mit dem Brandopfer. Und das Opfer wird auf dem Altar aufgehen in Rau. Ich habe mir jetzt das mal in einer Übersetzung angeschaut. Und es gibt Übersetzungen, die vom Deutschen her ein bisschen flüssiger sind. Da versteht man ein bisschen mehr. Mittlerweile, hin und wieder frage ich mich, warum ist das so anders in den Übersetzungen dargeboten, was eigentlich ganz klar ist. Dass irgendwas komplett hier verbrannt wird, ist auch nicht der Kontext. Brandopfer, ja, es geht in Brand auf. Aber das Wort Ola im Hebräischen heißt, dass etwas aufgeht zu Gott. Was geht auf? Dieses, was aufgeht, das ist eigentlich, was das Herzstück in dem Opfer ist. Dass etwas aufgeht zu Gott, das ist im Prinzip, worum es geht, warum wir überhaupt opfern. Die Serie beginnt also mit einem Brandopfer oder auch Granzopfer. Das wird das Herz sein, bevor irgendwas anderes da gesagt werden kann, über sich zu nahen oder weiterhin in dieser Beziehung zu bleiben. Damit beginnt es. Gucken wir uns das mal an, das Brandopfer, das Ola. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer ist vom Rindvieh, so soll er sie darbringen, ein männliches ohne Fehl. An dem Eingang des Zeltes der Zusammenkunft soll er sie darbringen, zum Wohlgefallen für ihn vor Jehova. Wir haben vorhin gesagt, dass es ein paar Merkmale für die Opfergaben, wie zum Beispiel, es soll makellos sein, die Hände werden aufgelegt und dann dieses Konzept von Blut. Dass das Opfer makellos sein soll, ja. Das Verständnis mag jetzt sein. Naja, wenn ich dem Allerhöchsten ein Geschenk oder ein Opfer darbringe, dann muss es auch frei von Fehl sein. Na logisch. Ich bringe ja nicht das Schlechteste, was ich habe da. Das Beste bringe ich da. Aber die Botschaft richtet sich eigentlich mehr an uns. Das Makellose kennzeichnet ja, dass wir vom Charakterlichen und vom Moralischen her intakt sind und rein sind. Und das suchen wir eigentlich zu erreichen. Das ist unser Herz. Deswegen stimmen wir damit überein, weil wir stützen die Hände auf dieses makellose Tier. Naja, diese Charaktereigenschaften, die an uns nicht vollkommen sind, das ist ja das, was wir durch dieses makellose Opfer, wo wir gewarnt werden. So kannst du nicht in einer Beziehung sein zu Gott. Wenn wir jetzt mal ein paar Aspekte sehen. Wenn seine Opfergabe ein Brandopfer ist vom Rindvieh, so soll er sie darbringen, ein männliches ohne Fehl. An dem Eingang des Zeltes der Zusammenkunft soll er sie darbringen zum Wohlgefallen für ihn vor Jehova. Und er soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers legen und es wird wohlgefällig für ihn sein, um Sühnung für ihn zu tun. Diese Konzepte haben wir jetzt schon erklärt. Sühnung im Sinne von, an seiner Stelle starb irgendetwas und deswegen konnte er akzeptiert werden. Aber das Herz von dem, der das Opfer darbringt, ist ja auch, dass er identifiziert sich mit dem Opfertod des Opfers. Macht Sinn, er identifiziert sich damit und er will das auch nachleben und er strebt danach. Und das ist das, was ihn wohlgefällig macht. Dass er es umsetzt und dass er dieses Herz hat. Und er soll das junge Rind schlachten vor Jehova. Und die Söhne Aarons, die Priester, sollen das Blut herzubringen und das Blut ringsrum an den Altar sprengen, der an dem Eingang des Zeltes der Zusammenkunft ist. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in seine Stücke zerlegen. Wer macht diese ganze Arbeit? Und er soll das junge Rind schlachten, derjenige, der es darbringt. Er ist es, der die Arbeit macht. Der Priester fängt das Blut auf. Und die Idee dahinter ist das, er braucht immer noch einen Mittler, der für ihn mittelt zwischen ihm und Gott. Er selber kann es nicht. Selbst wenn er Opfer darbringt, es ist nicht durch seine Kraft, weil er etwas gebracht hat, dass er akzeptiert wird. Er wird nur akzeptiert, weil ein Mittler da ist. Und dieser Mittler ist unser Hohepriester Jeschua. Also alles was wir tun, kann nur dargebracht werden, wegen dem Mittler. Aber wir identifizieren uns mit dem Opfertod des Messias. Und weil er ja auch fehl und makellos ist, unser Herz, während wir aufopfern, ist ja so zu sein und so zu wandeln wie Jeschua. Das ist das Herzstück vom Brandopfer. Das ist worum es geht, das ist worum es schon immer ging in der Tora. Denn Jeschua ist ja für uns gestorben. Jeschua ist ans Holz gegangen, aber diese Tatsache macht es ja nicht offen für einen jeglichen. Nicht jeder hat jetzt den Zugang zu Gott aufgrund dieser Tatsache, dass Jeschua sein Leben aufgegeben hat, als Opfer für uns, wenn wir sündigen oder wenn wir eine Beziehung haben wollen zu Gott. Sondern die Menschen werden ja gerichtet und kommen nicht ins ewige Leben, weil sie nicht das ausgeführt haben, worum es geht. Wenn dieses Opfer für dich gegeben wurde. Einmal bekennen, dass der Christus ist, gibt es keine Grundlage, kein Konzept dafür, so denken zu können. Das kommt nicht aus der Schrift. Das ist eine Irrlehre. Also der Opfernde wird nur angenommen, wenn sein Herz, wenn er das akzeptiert für sich und danach wandelt. Und das, was er hier tut, zeigt, dass das sein Herz ist. Wenn er das nur macht ohne Seele, okay, er tut die Waschungen, er bringt das Opfer da, er verbrennt es, hat es keine Bedeutung. Auch wenn er den Buchstaben der Tora erfüllt hat. Also. Und er soll dem Brandopfer die Haut abziehen. Die Haut bekommen die Priester. Und die Söhne Aarons des Priester sollen Feuer auf dem Altar legen und Holz auf dem Feuer zurichten. Und die Söhne Aarons, die Priester sollen die Stücke, den Kopf und das Fett auf dem Holz zurichten, über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und hier, sein Eingeweide und seine Schenkel soll er mit Wasser waschen. Er nimmt das Brandopfer, er wäscht die Innerei und die Schenkel und natürlich der Import ist, er möchte inwendig rein sein, sein Wandel soll rein sein. Es ist wie sozusagen eine Warnung oder ein Weckruf. Schau, wie du wandelst. Schau, das Opfer ist makellos. Das wird von dir erwartet. Schau, wie du vor Gott stehst. Schau, wie deine Haltung ist zu ihm. Das ist der Grund, warum kein Opfer nicht angenommen wurde. Okay? Also, dieses zu leben, zu praktizieren und es stellt sich da in den Opfergaben, ist wirklich, was dahinter steckt, dass man opfert. Jetzt hier und sein Eingeweide und seine Schenkel soll er mit Wasser waschen und der Priester soll das Ganze auf dem Altar räuchern. Wunderbar übersetzt. Es gibt Übersetzungen, wo halt steht, und das Ganze soll in Rauch aufgehen. Das ist ein ganz anderer Kontext. Zu räuchern, Räucherwerk, und dass etwas in Rauch aufgeht, daher würde man die Idee haben, es wird ganz verzerrt. Ist aber nicht das Wort im Hebräischen, obgleich genau das ist, was passiert, aber der Text liefert eine andere Nuance. Hier das Wort in Vers 9, dass es geräuchert wird. Ist ja dieses Wort Hiktir. Die Wurzel, die Nuance, der Unterschied hier, dass dieses Brandopfer, was natürlich nur ganz aufgehen kann, wenn es gänzlich verzerrt wird durch das Feuer, ist aber nicht, was der Text sagt. Hiktir ist das Wort Katar, das ist die Wurzel. Gänzlich etwas zu verzehren wäre Seraph. Seraph, etwas ganz zu verzehren, das wäre dieses Wort, zu räuchern. Das ist auch das Wort, was genutzt wird für Räucherwerk. Das wird ja nicht ganz verzerrt durch Feuer. Man legt Feuer drauf, um die Aromen freizusetzen, aber man räuchert es eher. Das ist die Idee vom Räucherwerk. Katar, Hiktir. Das heißt, das Brandopfer wird im Prinzip geräuchert. Später beim Sündopfer werden wir in dem Text lesen, dass das hier vorkommt, Seraph. Natürlich, weil der Import ist, dass die Sünde muss gänzlich ausgelöscht werden. Daher wird es beim Sündopfer vorkommen. Aber das Sündopfer ist sozusagen ein Notopfer. Das hält keine Beziehung am Leben. Das Zentrale, was wir suchen, ist Frieden zu haben mit unserem Gott. Keiner, der Frieden hat mit Gott, kann in einer sündhaftigen Beziehung leben. Deswegen, Jeschua hat gesagt, die Wahrheit macht dich frei. Wenn du ganz viel Lobpreisgesänge hörst und Gefasel von ein schwacher Christ, der ist fleischlich, er sündigt halt noch, er ist noch nicht so reif. Nein, er ist ein Sünder. Wenn du ganz klar sagen kannst, Gott hat keine Gnade für Sünder, weil die in der Sünde leben, dann meinen Menschen, naja, aber wir sind doch alle Sünder gewesen, das stimmt. Wir sind Sünder gewesen, aber fortan in der Sünde zu leben, ist Feindschaft gegen Gott. Und für einen Sünder, da gibt es ja keine Beziehung. Und du kannst ja nicht ein Sündopfer bringen, wenn du nicht in einer Beziehung bist zu Gott. Ja, eine ganz klare Aufstellung. Chathat ist ja das vierte Opfer in der Reihe. Und das kann erst gebracht werden, weil ich eine Beziehung habe zu Gott. Und im Prinzip ist das Sündopfer sozusagen ein Opfer, damit die Beziehung nicht gefährdet wird. Ich kann ja nicht jeden Tag da ein Sündopfer bringen, nachdem ich gerade Brandopfer und Speisopfer und Friedensopfer gebracht habe. Das ist eine Notlösung, so können wir es betrachten. Das ist das Beste, wie ich es beschreiben könnte. Das ist nicht das Beständige, was geopfert werden soll. Und der ganze Import um das Sündopfer zeigt uns auch, das kann nicht die Haltung sein, wenn man eine Beziehung hat zu Gott. Okay, also. Und seine Eingeweide, wo sind wir? Und der Priester soll das Ganze auf dem Altar räuchern. Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Jehova. Und der Import ist das, was es lieblich macht vor Gott, ist der Mensch, den Gott ja erlösen will. Er hat ja keine Freude an dem Tod des Sünders. Das stimmt. Aber es gibt keine Gnade für jemanden, der ständig sündigt und hofft, dass er das ewige Leben bekommt. Nur Möglichkeit. Kannst du folgen. Thoras da ganz klar. Jetzt die Reihenfolge bei den Opfergaben auch in dem, was man bringen kann. Das Kostbarste in den Opfergaben wird immer ein Stier sein. Das ist das Wertvollste. Und in manchen Fällen, wenn man einen Stier nicht bringen kann, weil zum Beispiel die Mittel nicht ausreichen, dann wird auch ein Schaf erlaubt oder eine Ziege. Und wenn es ganz halt dementsprechend nicht ausreicht, selbst dafür, dann eine Turteltaube, beim Ascham, beim Schuldopfer, da wird sogar erlaubt, dass man auch ein Speisopfer darbringt, um das Schuldopfer zu bringen. Allerdings mit einem Unterschied zu, was das wirkliche Speisopfer ist. Ja? Okay. Wir werden es verfolgen. Also, wenn seine Opfergabe vom kleinen Vieh ist, von dem Schafen oder von den Ziegen zum Brandopfer, so soll er sie darbringen. Auch wieder ein männliches. Warum sollte das Brandopfer männlich sein? Und er soll es schlachten an der Seite des Altars gegen Norden. Hat einfach einen praktischen Aspekt, der Norden. Denn, du kommst ja in die Stiftshütte hinein über den Osten. Die Stiftshütte, da wo Gott sitzt, ist im Westen. Die Priester werden vom Süden hier hoch, da auf diese Rampe, um an den Brandopferaltar zu kommen, über den Süden sich nahen. Und der Norden ist einfach der praktischste Platz, um da diese Aufgaben zu lösen. Denn Norden ist auch der Part oder die Richtung, wo das Schaubrot hier sitzt. Siehst du das? Also ungefähr, wahrscheinlich auf gleicher Höhe. Hat da einen praktischen sowohl als auch einen geistigen Import. Und die Söhne Aarons sollen sein Blut an den Altarspringen ringsrum. Also die Priester müssen das Blut aufhängen und die auffangen und die Opfergaben werden gebracht von dem, der die Opfergaben bringen möchte, um zu opfern, um sich zu nahen. Und er soll es in seine Stücke zerlegen mit seinem Kopf und seinem Fett und der Priester soll sie auf dem Holze zurichten, über dem Feuer, das auf dem Altar ist. Und das Eingeweide und die Schenkel sollen mit Wasser waschen, die gleichen Bestimmungen wie zuvor auch. Wenn sein Brandopfer vom Geflügel ist, soll er von den Turteltauben oder von den Jungtauben sie nehmen. Okay, also da haben wir schon das beschrieben. Dass je nach was er bringen kann, soll er das bringen, was er sich leisten kann, was er wirklich auch da bringen kann. Warum männlich? Warum sollte das Brandopfer männlich sein? Nun, das ist ja hier ein Opfer, womit überhaupt alles anfängt. Bevor ich anfange, dass ich ein Mincha, ein Speisopfer bringe, bevor ich darüber nachdenke, ja Frieden zu haben mit Gott, muss diese Tatsache klar sein. Achtung, Achtung, Ola, Brandopfer. Dein Herz in der Beziehung zu Gott soll sein, mein ganzes Leben gehört ihm. Deswegen kannst du raushören, wie jemand seinen Alltag gestaltet, was er tut. Ist das ein Ausdruck? Kannst du ja nur fragen. Ja, jemand wird sagen, du siehst mein Herz nicht, kann alles sein. Du darfst mich nicht richten, vielleicht. Okay? Aber trotzdem hast du eine Meinung und sagst, naja, ist das ein Ausdruck dafür, dass dein ganzes Leben Gott gehört? Ohne dem bist du Gott gar nicht gefährlich. Ohne dem hast du auch keinen Frieden mit Gott. Ist das, was du tust, ein Ausdruck von dem Brandopfer, womit ja alles anfängt? Jeschua hat sich ja ganz aufgegeben für Gott. Ja, das ist ja auch dein Herz. In deinen Aktivitäten ist ja, dass du sagst, das ist doch meine Beziehung zu Gott. Und das kennzeichnet sich doch in Dingen, die man sehen und fühlen und fassen kann. So nichts Abstraktes. Okay? Oftmals ist im Christentum vieles abstrakt. So wird es dargestellt. Es ist aber nicht so. Das kommt nicht aus, was das Wort Gottes sagt. Das kannst du fassen. Du kannst praktisch sehen, okay, wie er lebt, wie er handelt, ist das ein Ausdruck dafür, dass er seine Hände auf das Brandopfer gelegt hat und dieses ging ganz auf zu Gott als ein lieblicher Geruch. Und die Innereien und alles wird ja von dem Tier, alles wird gänzlich da auf dem Altar dargeboten. Komplett. Die Haut wird abgezogen. Aber sonst, das ganze Tier wird da zerlegt und dann geht es auf. Männlich in der Hinsicht, das männliche Geschlecht hat den Trieb und den Drang. Und dieses, dass du ein Brandopfer, dass du dein Leben aufgeben möchtest, soll auch diesen Import haben. Es ist dringend. Es eilt. Da ist ein Drang dahinter. Okay? Da ist eine Kraft dahinter. Deswegen männlich. Das ist das Herz. Diese ganzen Dinge stehen nicht umsonst da. Du willst es. Das ist, was Gott möchte. Nur das ist Gott wohlgefällig. Denn wir haben ja gelesen, dass dort beim Brandopferaltar, da wird er mit uns reden. Also meine Reise ist jetzt nicht, dass ich jetzt gerade vor Gott stehen kann oder dass er mir erscheint oder eine Vision sehe, sondern das ist, wo unsere Kommunikation stattfindet. Wenn ich also in Kommunikation mit Gott bin, ich behaupte das, dann müsste man in meinem Leben schauen, ob das wirklich das entspricht, dass das, was ich tue, dass es einem Brandopfer auch entspricht. So kannst du es schon raushören und sehen und gucken. Für dich oder auch, wenn jemand meint, er ist ein Bruder oder ist eine Schwester und er lebt aber in Lotterleben. Macht Sinn? Da wirst du viele sehen. Menschen leben da in irgendetwas, wo du sagst, aber das ist doch, ich habe mal ein Gespräch gehabt mit jemandem und ich habe gesagt, du, ich möchte dich erbauen. Er hat mich schon abgewürgt. Er hat gesagt, du erbaust mich nicht. Es ist ein Geschwafel, was du hier machst. Sonst so ein ganz freundlicher Mensch sonst gewesen. Immer freundlich. Als ich das angesprochen habe, dass unser Leben auch das Geschwafel hat er gesagt. Das ist keine Erbauung. Ich diskutiere dann auch nicht und ja, ist okay, gut. Du musst es ja eines Tages klären, aber generell, wenn du diese Dinge ansprichst, dann erwartet man Widerstand und deswegen mit Menschen, mit denen man nahe ist, dann versucht man Dinge anzusprechen. Wenn es sich fruchtet, lass es. Nicht argumentieren. Schau auf dich, geh nicht rum und sage, der, aber du kannst für dich besser rausfiltern. Ist es noch wert, dass man da jetzt weiterhin da investiert in eine Glaubensgemeinschaft oder in einer Gesinnung oder in einem Wandel? Das ist nur für dich. Du musst auf dich erschauen. Das ist, was ich rate. Schau auf dich. Guck nicht, was die anderen machen, aber es gibt ja einen Indiz. Hm. Naja. Ich habe einen Freund, mit dem würde ich sowas besprechen. Den kenne ich schon ganz, ganz lange und ich habe ihn auch lieb und ich schätze ganz viele Dinge an ihn und vom Moralischen. Kenne uns schon seit, seitdem wir im Teenage-Alter sind. Vielleicht sogar davor. Er ist ziemlich erfolgreich in den Sachen, die er tut und er ist gläubig und ich hatte immer das Gespräch mit ihm gehabt, wie das Ganze, was du hier machst, hat ja Erfolg. Wie wird sich das jetzt in das Reich Gottes transferieren? Also, wie ist die Wandlung? Also, weil er sieht ja auch einiges aus dem heutigen Christentum nicht so und hat dann angefangen, selber Bibelkreise und Hauskreise zu machen und ich wusste aber nicht so viel von, wie das jetzt weitergeht und dann habe ich mal gefragt, wie das Ganze, was du hier tust, denn das Ganze, was die Israeliten brachten, waren ja Erträge aus ihrer Arbeit. Ja? Also ihre Arbeit an sich, dass sie jetzt auf dem Feld waren und haben da Vieh gehütet, war ja nicht das Opfer, sondern nachdem eine Frucht entstanden ist, vom Feld oder vom Vieh, heute haben wir kein Vieh mehr und keine Frucht vom Feld, aber das ist ja, was sie gebracht haben, also sprich, aus unseren Erträgen bringe ich etwas da und wie würdest du jetzt sagen, meinte ich, dass sich das ins Reich transportiert und dann hat er gesagt, teilweise auch vom Inhalt der Arbeit, die er macht, ob ich das so verstehen oder sehen kann und ich war nicht so ganz schlüssig, ob ich das verstehen konnte und das Gespräch wurde aber auch nicht fortgeführt. Jetzt in den letzten Wochen, gerade wo wir mit dem Thema der Stiftze und Mischkan und Opfergaben jetzt hier uns beschäftigen, fiel mir das wieder ein, dieses Gespräch und plötzlich dachte ich in den letzten Tagen, ich würde gerne nochmal dieses Gespräch vertiefen, weil er ist mir wert, darüber zu sprechen, dass wir im gleichen Verständnis sind, ob wir das Gleiche meinen. Generell, ich würde sagen, verschwende keine Zeit zu diskutieren mit Menschen, ob sie richtig opfern. Sie müssen es verstehen. Leg es ihnen aus und sag du, Bruder, Schwester, schön, dass du viel aus der Tora verstehst und zitieren kannst und dass wir da uns auch soweit gut verstehen, aber wie siehst du diese Dinge? Wie würdest du für dich jetzt sagen, dass du diese Dinge lebst? Kannst du vielleicht ein Gefühl dafür geben? Wie transportiert sich das Ganze, was du hier am Tag machst, in das Reich Gottes? Kannst du es wirklich plausibel darbringen für dich und für jemanden, der jetzt meinetwegen auf dem Weg ist? Also für mich ist es eine gute Auflistung oder Wegweisung, um das immer zu überprüfen. Männer und Frauen opfern auch unterschiedlich. Du weißt ja aus der Tora, dass es steht drin, dass Dorn und Distel wird die Erde uns bringen. Das ging an den Mann. Also er muss jetzt die Frucht ertrag, jetzt gewinnen durch Schmerz und Widerstand wird da sein. Und die Frau bringt ja auch Frucht, das heißt, das Kindergebären auch durch Schmerzen. Beide haben eine ähnliche Lage, dass die müssen durch Überwinden und durch Hindernisse gehen, bevor Frucht kommt. Und Mann und Frau, die opfern ja unterschiedlich oder sind ja unterschiedlich aufgestellt. Eine Frau typischerweise wird jetzt keine Schafe haben, vielleicht, oder keine Fellfrucht, weil sie da nicht auf dem Feld ist und das Feld beackert. Ja? Also in der heutigen Zeit, schon mal eine Ehe ist ja auch ein Ort, wo aufgeopfert wird. Das habe ich mal mit jemandem besprochen, dass im Prinzip, wenn Frauen heute unterwegs sind und sie sagen, dass wir sind jetzt irgendwie frei und autark und liberal und wir bestimmen selber und die heiraten nicht. Aus Wunsch, weil sie andere Sachen nachgehen, vielleicht Karriere. Eine Frau kann sich auch anders darstellen oder manifestieren oder verwirklichen. Ja, okay, mag jeder für sich entscheiden, aber da beraubt die Frau sich selber, die so denkt und die so handelt. Denn du musst gewisse Dinge durchleben, um Sachen zu begreifen und Sachen durchgemacht zu haben, die für das Reich Gottes relevant sind. Und dieses Prinzip, dich aufzuopfern, eine Frau hat das meistens, wenn sie Kinder bekommt, sie opfert sich für die Kinder auf. Und dieses Kind, sie hat dieses Kind an der Brust, das Kind bringt eigentlich gar nichts, kein Geld oder wirtschaftliches oder das es dazu dient, das Haus zu bauen oder den Garten da schön zu machen. Einige ist es halt so, dass die Frau Mühe damit hat und dennoch, sie würde sich so aufgeben für dieses Kind, sie würde sich selbst aufopfern, würde alles tun, dieses Kind zu beschützen. Dieses Gefühl bekommst du nicht einfach durch Meditieren oder weil du darüber nachsinnst oder weil du gerade da Karriere machst. Das bekommst du, weil du tatkräftig diesen Schmerz durchgemacht hast und du verstehst, was dieses Gefühl bedeutet. Ehe ist schon ein Feld, wo gewisse Dinge nachempfunden werden können. Deswegen, wenn jetzt jemand das alles nicht durchmacht, es nicht versteht, kann es wohl auch sein, dass gewisse Zugänge gar nicht da sein werden in anderen Bereichen. Das ist für den Part, dass die Frau jetzt sagt, sie will das gar nicht. Und für Frauen, die das begehren, dass sie in einer Ehe sind, wo sie auch Kinder haben, da ist das klar warum. Weil die sind bewegt, das erfahren zu wollen. Ich möchte das. Und sie bitten Gott darum, dass das wäre ein Part oder sie beten für einen Mann oder sie beten für eine gute Ehe, weil sie möchten das durchmachen. Wir müssen gewisse Dinge durchmachen. Also im Praktischen bringen wir diese Dinge ja da, um es zu erleben. Es ist nicht nur ein gedankliches Konstrukt. Ich habe viele Jahre damit zu tun gehabt, dass Menschen sagen, das ist alles nur gedanklich und geistig. Und das ist alles akaiisch und brauchen wir nicht mehr. Okay, also. Das Ganze beginnt mit dem Brandopfer, dass es wie geopfert wird in der heutigen Zeit Männern und Frauen, wenn sie zusammen sind, der Mann bringt Frucht durch seine Arbeit, typischerweise, in vielen Instanzen arbeitet auch die Frau heute. Die Frau bringt Frucht durch Kinderkriegen, zusammen bilden sie eine Einheit. Wenn eine Frau den Mann unterstützt in liebevolle Unterordnung und sie schaut auf ihn und er versorgt sie und er liebt sie und diese beiden bringen jetzt ihre Opfergaben da, das was sie als Ertrag gewonnen haben, in der Form, die sie können oder was der Schöpfer ihnen aufs Herz gelegt hat, das ist wie heute jemand praktisch opfert. Okay? Das Opfern kommt ja aus dem, was man gewonnen hat. Hier wie zum Beispiel diese Tiere oder die Fellfrucht. Und das bringe ich da, um mich Gott zu nähern. Und diese Dinge, wie jemand opfert, ist der beste Hinweis dafür, ob er es ernst meint. Aber nochmal, ich rate, führe keine Diskussionen. Urteile nicht, geh du deines Weges, wenn etwas dir anders vorkommt, seh nur zu, dass deine Beziehung zum Schöpfer intakt ist. Okay. Mincha, Speisopfer, das zweite Opfer. Das Prinzip von einem Mincha ist, dass man Geschenke bringt und die Idee ist, dass der Untergebene bringt Geschenke zu dem, der über ihn ist. Geschenke für einen König zum Beispiel. Das ist die Idee von Mincha. Und Kain und Abel ihre Opfergaben werden als Mincha in der Tora bezeichnet. Das heißt, was sie gebracht haben, obwohl Abel ja Tieropfer darbrachte, die Idee, von was er zum Ausdruck brachte, war ein Mincha. In Vayikra, in der Tora, wird dann speziell das Mincha auf das Speisopfer da gemünzt. Das heißt, Mincha ist dann eigentlich ein Speisopfer. Das, was du bringst von der Frucht des Feldes, vom Korn, entweder als Feinmehl, das ist das Solette, oder man hat aus dem Mehl Brote gebacken, man bringt diese da, oder vom gerösteten Korn, das wäre ein Speisopfer, als Geschenk. Und du bringst dir etwas da mit Mehl oder mit Brot und die Idee ist ja, dass die geistige Nahrung, die wir brauchen, dass wir drin aktiv involviert sind, diese zu sichern. Und deswegen die Sachen, die wir bringen, ist so Speise, alles hat was mit Speise zu tun, weil der Transport ist, dass wir uns um die geistige Speise bemühen. Es siehst du ja heute auch, Dorn und Distel wird es dir bringen, wird zu Adam gesagt, um Brot zu bekommen, aber um das geistige Brot zu bekommen, das ist ähnlich. Darf man nicht unterschätzen. Um wirklich gute Auslegung zu haben, um wirklich zu verstehen, was die Tora sagt, das kommt nicht in einer Nacht. Musst du viele Übersetzungen, musst du viele Dinge erforschen und ich weiß am Anfang, ich war frustriert, warum ist es so schwierig? Denn ich habe die Bibel vor mich, lese es und jeder legt es anders aus oder die Gemeinde, wo ich bin, die sagen, es gilt nicht mehr. Es war ein richtiger Kampf, da durchzukommen. Menschen sagen dir, das was du liest, das gilt nicht mehr. Das was du hier vor Augen hast, das ist alles alt. Wir haben jetzt neue Bestimmungen, aber du sagst, aber Christus hat doch nach diesen Sachen gelebt. Und dann gehst du von Gemeinde zu Gemeinde und vielleicht wirst du sogar ausgestoßen und Älteste sagen zu dir, wir wollen das ja nicht mehr hören, was du sagst und du fragst, aber warum, das kommt doch aus der Bibel, ich habe es doch nicht ausgedacht. und es hat was zu tun mit Mühe. Und das Brot, was gebracht wird, Gott braucht es nicht, aber unser Herz, diese geistige Speise zu bekommen, das Herz dahinter ist im Prinzip so eine Art wie Opferung. Macht das Sinn? Ja, wir haben etwas dazu beigetragen, dass das richtige Verständnis, dass wir von seinem Wort was bekommen, dass wir geistig ernährt werden. Das Speisopfer durfte nicht Sauerteig oder Honig beinhalten, musste aber dafür Öl und Salz haben und Weihrauch, sozusagen wie Gebete, wohlgefällig, was aufgeht zu Gott. Kein Honig, kein Sauerteig, Sauerteig sagen wir auch im Neuen Testament, Sauerteig der Bosheit, was rausgekehrt werden soll, auch im Fest der ungesäuerten Brote, das ist ja was wir da lernen, dass der Sauerteig wird ausgestoßen, wir wollen nichts Böses an uns mehr haben und Honig trägt auch zum Gärungsprozess, also es könnte auch einen Effekt haben wie Sauerteig, aber ich glaube eher, dass dieses Süße damit gemeint ist, dass dieses Süße soll eigentlich weg, wenn wir für Gott leben. Süß in der Form von falscher Menschlichkeit, das ist das Beste, wie ich es beschreiben könnte. freundlich, immer stets bemüht, immer ein Lächeln auf den Lippen, was ja schön ist, freundlich, aber das, den Import, den ich da sehe, ist eine Freundlichkeit, die gar nicht echt ist, eher so, dass es Richtung Schleimerei eher ist, ja, immer gut gesund zu sein mit jedem, dafür keinen Stress machen zu wollen und na geh lieber da keine Konflikte ein, wir sollen auch nicht Konflikte da jetzt hervorbringen, aber Psychologen haben sich auch damit beschäftigt und stellen fest, das was die Bibel eigentlich schon die ganze Zeit sagt, dass Menschen, die scheinbar sehr, sehr müthig sind und freundlich und lieb, erstens, die werden ausgenutzt, weil die Welt ist nun mal nicht aufgestellt, da die Almosen zu geben, ja, du musst dich durchringen und 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 kämpfen und die Menschen, die jetzt so nach diesen Erklärungen, die jetzt da freundlich sind und versuchen lieb und nett zu sein, die wollen ja auch zum Ziel, aber die suchen diesen Weg, statt jetzt das Salz zu haben und einfach klar und geradlinisch zu sagen, das ist wie es ist, unter diesen Umständen mache ich das, das ist was ich zu bieten habe und statt diesen Weg zu gehen, der vielleicht für den Moment erstmal schwieriger ist, geht man lieber einen anderen Weg, aber man will ja zum Ziel kommen, man will ja zum Beispiel auch die Arbeitsstelle oder in der Nachbarschaft wohnen, wo man möchte oder den Partner bekommen, den man möchte und wenn das alles nicht fruchtet, wenn das Liebe und Freundliche nicht fruchtet, stellt man oft fest, dass der Mensch danach bitter wird, ja, und dann ganz grießgrämig, grießgrämig, weil das Ganze, seine ganzen Bemühungen führt nicht zum Ziel, ich kenne viele Fälle, wo jemand ganz freundlich war und immer zugetan und nachdem alles nicht funktionierte, dann wendet man sich ab oder dann ist man plötzlich ganz anders, ne, also ich glaube, dass das mehr gemeint ist mit dieser falschen Menschlichkeit, man soll nicht grießgrämig sein, man soll auch nicht unfreundlich sein, Freundlichkeit ist eine Frucht des Geistes, aber wenn Leute heute sagen, Liebe, Liebe und Freundlichkeit, die Frage ist aber, du kriegst da nichts, ja, jemand lächelt die ganze Zeit, aber du bekommst nicht die Beziehung, vielleicht nicht die Auslegung, vielleicht nicht die Leitung, was nützt es dir? Ich mag auch lieber, dass es freundlich ist, aber Ehrlichkeit wäre mir erstmal lieber. Salz, okay, Salz, da durfte nie fehlen vom Speisopfer und das wird auch alles auf dem Altar dargebracht, schauen uns mal den Text dazu schnell an und wenn jemand die Opfergabe eines Speisopfers dem Jehova darbringen will, soll seine Opfergabe Feinmüll sein und er soll Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen und er soll es zu den Söhnen Aarons den Priestern bringen und er nehme davon seine Hand voll von seinem Feinmehl und von seinem Öl samt all seinem Weihrauch und der Priester räuchere das Gedächtnisteil auf dem Altar. Das ist ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Jehova und ein Übriges davon wird dann halt für Aaron und seine Söhne sein, ein Hochheiliges von den Feueropfern Jehovas. Dann was wir schon gesagt haben, es kann auch sein, dass es als Ofengebäck dargebracht wird ungesäuerte Kuchen gemengt mit Öl gesalbt mit Öl ungesäuerte Fladen dieser Panthas mit Öl sein soll wird später wichtig sein beim Ascham da gucken wir uns mal etwas an wenn eine Opfergabe ein Speisopfer in der Pfanne ist soll es ein Feinmehl sein, ein Feinmehl so soll es Feinmehl sein gemengt mit Öl ungesäuert und dann was wir vorhin auch gesagt haben mit den Körnern die geröstet werden alle Speisopfer das ihr dem Jehova darbringet soll nicht aus Gesäuerten gemacht werden denn aller Sauerteig und aller Honig davon sollt ihr kein Feueropfer dem Jehova räuchern also was ich daraus sehe ist dass diese falsche Menschlichkeit die ist vor Gott nicht gefällig weil die ist nicht echt das ist der Grund jemand die ganze Zeit lächelt und freundlich ist als ob ihn nichts etwas anhaben kann na ist schon okay ist nicht so schlimm da müsste man vielleicht eher fragen stimmt das wirklich ist das das wahre Herz dahinter ist Gott nicht wohlgefällig das ist was ich daraus verstehe mehr als dass es nur wegen den Gärungsprozess da entfernt werden sollte speziell auch Honig es gibt auch andere Dinge die vielleicht da noch in Frage kämen also wie dem auch sei was die Opfergabe der Erstlinge betrifft sollt ihr sie Jehova darbringen aber auf dem Altar sollen sie nicht kommen zum lieblichen Geruch wir gucken uns nochmal das Gebot der Erstlinge an später Bikurim das Wort auch wenn wir zum dritten Buch Mose 23 kommen ab der ab der Passage wo es um die Festtage geht alle Opfergaben deines Speisopfers sollst du mit Salz salzen und sollst das Salz des Bundes weil Salz Salz präserviert es es hält zusammen dass etwas nicht verfault oder schlecht wird oder Salz würzig zu sein wie auch wie auch Jeschua sagt dass wir sollen mit Salz gesalzen werden und wenn das Salz Pfade geworden ist dass wir sind Salz und Licht alles ist ja Pfade außer es ist würzig und durch Salz gesalzen so soll unser Leben sein eher geradlinig und 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 straight und dass wir einstehen für das was wir sagen und das ist wertvoller als Honig und freundlich und aha ja na klar machen wir schon ja und irgendwann hörst du der Mensch ist ganz verbittert naja weil er wusste eigentlich dass im Prinzip fühlt er was anderes und er hat es zu lange ertragen und dann irgendwann hat seine Seele das nicht ausgehalten und dann wendet er sich ab Salz Salz des Bundes später wird auch gesagt dass er macht mit den Priestern ein er gab den Söhne Aarons ein ein Bund des Salzes Salt Covenant so in der Art wegen dieses Prinzips im heutigen Zeitalter gibt es einige Kulturen die das noch schätzen man Salz zusammen isst dann isst man wie in so einem Bund das sind so Dinge kulturell die den Israeliten bekannt waren alles das was hier in den Opfer gaben von lieblichem Geruch und Weihrauch das kannten sie aus ihren Spezereien aus ihrem Alter aus das was sie dargebracht haben nichts davon war ihnen fremd und fern also Gott nutzte etwas was kulturell und schon unter ihnen war als Darbringung für das wie man ihn anbetet und wenn du ein Speisopfer von den ersten Früchten den Jehova darbringen willst du sollst du Ehren am Feuer gerostet Schrot von Gartenkorn darbringen als Speisopfer von deinen ersten Früchten und du sollst Öl darauf tun und Weihrauch darauf legen ist ein Speisopfer ok gehen wir mal zum Friedensopfer das ist das dritte Opfer das wäre hier das zentrale Opfer diese Dinge für das Geistige für die Geistige Nahrung meine Geschenke darzubringen an den der mir dem ich untergeben bin dass ich mein Leben ganz aufgegeben habe als Brandopfer das ist die Prämisse bevor ich davon sprechen kann einen Friedensopfer zu bringen und ein Friedensopfer die Eigenschaften vom Friedensopfer die ähneln das Pesachopfer das Pesachlamm denn die Opferung hier das wird dazu führen dass wir ein Gemeinschaftsfest haben wir werden Gemeinschaft haben wir werden eins sein und im Prinzip der Import ist wir suchen wieder dieses zusammen zu essen hat ja auch heute kulturelle Implikationen nach einem Geschäftsessen geht man essen oder man lädt jemand zum Essen ein weil man eins ist mit dem oder man will eine Beziehung aufbauen Essen ist ein zentraler Punkt es geht nicht so sehr um das Essen natürlich man richtet es schön her und man gibt sich Mühe aber im Prinzip man sitzt zusammen man hat Gemeinschaft und dieses Gemeinschaft zu haben natürlich mit dem Allerhöchsten er wird nicht da am Tisch sitzen aber was haben wir gelesen das hier wird er mit mir reden und wenn ich das nachübe nachahme und ich habe da Gemeinschaftsessen durch meine Opfergaben da suche ich ja eigentlich diese Beziehung mit dem Schöpfer der im Allerheiligsten ist aber ich kann nicht ein Friedensopfer bringen und so tun als ob wir jetzt Gemeinschaft haben an einem Tisch sind während ich es vernachlässigt habe über meine geistige Nahrung nachzudenken dass das wichtig ist ich habe vernachlässigt mein ganzes Leben dem Allerhöchsten zu weihen durch das Brandopfer kann ich nicht vom Friedensopfer sprechen das hier kann ich erst darbringen wenn das hier intakt ist das Brandopfer das werden wir auch gleich lesen im Text macht das Sinn deswegen in Gemeinschaft zu sein Gemeinde zu suchen mit anderen Gleichgesinnten zusammen zu sein das funktioniert nur nachdem ich wirklich nach den Wegen Gottes gehe dann kann ich auch in Gemeinschaft sein was sagt die Schuhe wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind da bin ich unter ihnen also in der Gemeinschaft miteinander suchen wir eigentlich Gemeinschaft mit Gott was aber nur geht wenn wir nach diesen Prämissen auch leben ok also praktische Dinge im Prinzip lass uns mal den Text angucken und dann werden wir mit dem Hataz uns mit dem Ascham abschließen ein paar Höhepunkte möchte ich da noch betrachten den Text hast du immer schon vorher gelesen hoffe ich versuche immer nur hier diese Kernpunkte in der Zeit die wir hier haben anzusprechen Kapitel 3 ist das lass mich mal lass mich mal schauen und wenn seine Opfergabe ein Friedensopfer ist wenn er sie von den Rindern darbringt es sei ein männliches oder ein weibliches so soll er sie ohne Fehl vor Jehova darbringen seine Hand auf den Kopf seines Opfers legen das kennen wir es schlachten an dem Eingang des Zeltes die Söhne Aaron sollen das Blut an den Altar sprengen rings um ohne Fehl Vers 6 Schaf wenn es in dem Fall ein Schaf ist ok also die Innereien das Prinzip der Innereien dürfte auch klar sein soll er abtrennen und auf dem Altar räuchern auch wieder das Wort die Wurzel Katar Hiktir ok also wir haben es beschrieben was es bedeutet du kannst hier das nochmal selber durchlesen aber wir haben es eigentlich im Kern jetzt schon erklärt was das Herz ist was du hier suchst ja hier wird nicht gesagt was die Söhne Aarons bekommen oder ob die Priester ihren Anteil wie zum Beispiel beim Speisopfer da haben wir klar gesehen dass ein Teil geht an die Priester beim Brandopfer da geht die Haut des Opfers an die Priester hier wird es nicht erwähnt weil es ist klar aus diesem Gemeinschaftsaspekt dass es dazu gedacht war Frieden zu haben und du willst du willst das ja bringen weil du ja Frieden du drückst ja damit aus wir möchten Gemeinschaft haben mein Leben ist dir geweiht oh Herr ja für meine geistige Speise ich opfere für dieses Ziel dass die reine geistige Speise dass es im Gebet zu dir aufgeht dass ich das habe und ich möchte ich möchte Frieden haben also diese Opfergaben kannst du dir vorstellen wie das heute praktisch nachzuleben ist also ich muss jetzt nicht lange nachdenken ja es gibt praktische Dinge die heute getan werden können um das hier zu erfüllen und diese praktischen Dinge das ist auch das Herzstück unserer Anbetung das sage ich immer wieder ich glaube ich glaube der Messias weil ich im Herzen glaube er ist der Messias und ich bin faktisch überzeugt mental dass er der Messias ist das ist keine Beziehung die Haltung ist nicht korrekt die Beziehung zu Gott ist in denen ich mich aufopfere um dieses Ziel zu erreichen es geht ja nie aus ist ja etwas was wir fortwährend machen ist ja nicht dass ich einmal ein Brandopfer gebracht habe irgendwann vor 15 Jahren wäre mal wieder dran ein Friedensopfer zu bringen okay du bist ja ständig da in Kontakt mit Gott okay Opfer also ein zentraler Punkt und jetzt das Sündopfer das Chathat hier wird etwas anders sein mit dem Blut die Reihenfolge für die Sündopfer oder die Aufstellung ist wie folgt es kann sein dass der Hohepriester eine Sünde auf sich legt die ganze Gemeinde einen Fürst aus den Stämmen oder ein gewöhnlicher Israelit und die Opfergaben die da gebracht werden sollen die unterscheiden sich in diesen zwei Fällen beim Hohepriester und bei der Gemeinde da wird mit dem Blut anders verfahren weil wenn er sündigt der gesalbte Priester oder wenn die ganze Gemeinde sündigt dann muss das Blut reingebracht werden vor dem Vorhang siebenmal wird das Blut dann gesprengt vor dem Vorhang weil die Sünde wurde ja getan und nochmal ein Sündopfer heißt nicht dass die Sünde die getan wurde die ist jetzt rückgängig gemacht worden das ist eine Unmöglichkeit die Tat wurde vollbracht der Zorn Gottes wird aber dadurch entfesselt und es würde den treffen der gesündigt hat der Unschuldige hat aber diese Schuld auf sich genommen und das wird dargestellt durch das Tier ist aber nicht eine Art von was ist das Wort Ablass okay wenn du sündigst dann halt ein Stier wenn du das tust dann eine Turteltaube und wenn das dein Vergehen ist dann bringt ein Schaf da das ist nicht die Haltung die akzeptiert wird das wäre die Sünde mit der erhobenen Hand die Sünde die vergeben wird ist die die aus Versehen geschieht wusste man nicht nachlässig gewesen hat man nicht beachtet aus Schwachheit aber dann wird es offenbar weil man wurde darauf gebracht und deswegen ist auch Gemeinschaft wichtig und dass Menschen auch dementsprechend dir etwas sagen über prinzipiell wie du lebst nicht wie du die Bibel liest wie du lebst ist eigentlich der Indiz ob du Opferst oder ob du Gott liebst nicht ob du die Bibel verstanden hast und den Propheten Joel gut zitieren kannst jetzt wird diese Sünde klar die wird offenbar weil man hat darauf aufmerksam gemacht oder das eigene Herz hat dazu bewegt aber prinzipiell das Verständnis ist hier die wurde aufgedeckt weil es wurde erwähnt oder es kam zur Sprache oder es wurde bekannt dann im Falle von dem Hohepriester da wird das Blut genommen nicht nur an dem Altar wird das jetzt hier angebracht sondern man geht direkt vor dem Vorhang denn der Hohepriester er erträgt ja die Verantwortung für die ganze Gemeinde und ein Bruch in der Beziehung zwischen ihm und dem Allerhöchsten wäre fatal denn er ist ja der Mittler wir erinnern uns wir brauchen diesen Mittler aus uns heraus auch wenn wir diese ganzen Sachen darbringen wir können das Blut nicht darbringen wir können nicht für Gott die die Opfergaben da akzeptabel machen das macht jemand für uns das macht die Schua für uns unsere Opfergaben sind ein Ausdruck unseres Glaubens aber jemand muss sie vor dem Vater bringen im Fall einer Sünde ist jetzt die ganze Beziehung gefährdet macht Sinn da reden wir nicht mehr davon unser Frieden mit Gott ist gefährdet das ganze was wir hier schon hart erarbeitet haben indem wir jetzt hier eigentlich gesagt haben durch den Brandopfer dass durch das Brandopfer dass unsere Eingeweiden und unsere Schenkel sind ja gewaschen das wurde durch diese Sünde jetzt gerade zunichte gemacht zumindest droht die Gefahr also im Falle von dem Hohepriester da wird das Blut jetzt genommen und wird vor dem Vorhang sieben mal sieben Zahl des Bundes der Stempel auch der Sabbat der siebte Tag ein Zeichen des Bundes sieben mal und der Import ist das der Bund wird wieder hergestellt die Beziehung wird wieder hergestellt durch das Blut und Gott wird es akzeptieren ist ein Vorschatten auf Jom Kippur 3. Mose 16 wo Aaron jetzt einmal im Jahr direkt hinter dem Vorhang geht um jetzt da das Blut vor dem Thron oder auf dem Thron auch zu sprengen für die ganze Gemeinde wird da gesühnt das ist im Fall von dem Hohepriester wenn die ganze Gemeinde sündigt auch eine Gefahr da wird das gleiche auch gemacht da wird das Blut genommen und sie mal gesprengt und ist dann die Anordnung wenn ein Fürst oder ein gewöhnlicher Israelit sündigt dann ist es anders okay also bei den beiden da geschieht etwas besonderes mit dem Blut und nochmal beim Khatat das Sündopfer das kann nur gebracht werden weil jemand eine Beziehung hat zu Gott und für diese Beziehung dass diese nicht gefährdet wird da bringt man einen Sündopfer da kannst du aber nicht jeden Tag einen Sündopfer bringen und sagen du bist in der Beziehung zu Gott also ständig vor Gott zu gehen vergib mir vergib mir da ist irgendwas verkehrt da muss drauf Acht genommen werden und Jehova redet zu Moshe und sprach redet zu den Kindern Israel und sprich auf einen Aspekt gehe ich noch und dann gehen wir zum Ascham wenn jemand aus Versehen sündigt gegen irgendeines der Verbote Jehovas wenn jemand mit der erhobenen Hand sündigt dann wurde der ausgelöscht dann wurde der getötet der der in Rebellion also wenn jemand mit der erhobenen Hand oder aus Mutwilligkeit das tut dann gibt es keine Gnade kein Pardon für ihn weil er tut es in Affront in direkte Konfrontation zu Gott und dann gibt es kein Opfer für ihn aus Versehen dann wenn das passiert wenn er gesalbte Priester sündigt nach einem Vergehen einen Jungen Pfarrern also ein Stier das Kostbarste weil als einer der eine so hohe Position hat bringt auch das Kostbarste wenn die ganze Gemeinde sündigt ebenfalls gesalbte Priester nehme von dem Blut das Pfarrern und bringe es in das Zelt der Zusammenkunft und der Priester tauche seine Finger in das Blut und spreche von dem Blut siebenmal vor Jehova gegen den Vorhang des Heiligtums hin haben wir erklärt und der Priester tue von dem Blut an die Hörner des Altars des wohlriechenden Räucherwerks da wird ja auf diesem Altar werden die Gebete dargebracht und die Hörner von dem Altar stellen ja die Macht dar sinnbildlich ja welches diese Opfergaben was da dargebracht wird was es hat ok und das wird mit Blut besprengt damit das wieder gereinigt ist dass die Opfergaben weiterhin funktionieren können also so viele praktische Dinge du weißt ja ganz genau wenn jetzt jemand nur Blut nimmt er besprengt da ein Altar und er schmiert das Blut und er geht zum Fong er macht es nur als als eine Routine das ist nicht was gemeintes in der Tora so habe ich das damals verstanden was sind das für Routinen ich verstehe jetzt nicht aus der Routine wie man Blut darbringt wie das mein Herz erreicht aber genau das Herz sollte erreicht werden und das soll zum Ausdruck gebracht werden das ist was die Tora uns hier beibringt jetzt hier schauen wir mal wie mit dem Tier umgegangen wird ich erkläre es mal für gewöhnlich du bringst ja ein Opfer da wie zum Beispiel ein Brandopfer es wird ganz auf dem Altar dargebracht im Falle von dem Friedensopfer wenn jetzt da die Innereien gebracht werden das Tier an sich wird ja als Gemeinschaftsfest gehalten von dem Khatat da wird nicht gegessen von was hier passiert ist dass das Tier das Blut wird gewonnen für Sühnung auf dem Altar 3. Mose 17 Vers 11 das Blut stellt die Frucht dar die gewonnen wird aus diesem ganzen Prozess das Tier an sich wird aber außerhalb des Lagers gebracht und die Haut des Pfarrern und all sein Fleisch samt seinem Kopf und seinen Schenkel und seinen Angeweide und seinem Mist den ganzen Pfarrern soll er hinausbringen außerhalb des Lagers an einen reinen Ort nach dem Schutthaufen der Fettasche und soll ihn auf Holzscheiden mit Feuer verbrennen und jetzt kommt das Wort Saraphur siehst du hier unten die Saraph was wir vorhin besprochen haben jetzt haben wir dieses gänzlich vernichten wirklich verzehren naja der Prozess ist trotzdem das Feuer alles verzehrt aber hier ist es wirklich auch der Import verzehre es bringe das Tier worauf die Sünde jetzt liegt außerhalb des Lagers denn die Sünde darf nicht innerhalb des Lagers sein bringe es raus und da verzehre es so geht Gott ja mit der Sünde um er verzehrt es gänzlich das ist der Import hier aber irgendwas anderes passiert mit den Innereien alles Fett von dem Fahren des Sündopfers soll er von ihm abheben das Fett welches Eingeweide bedeckt und alles Fett Eingeweide ist und die beiden Nieren und das Fett das an den Lenden ist und das Netz über der Leber samt den Nieren soll es abtrennen so wie es abgehoben wird von dem Rinde des Friedensopfers und der Priester soll es auf dem Brandopferaltar räuchern siehst du den Unterschied die Innereien von dem Sündopfer werden auf dem Altar geräuchert Hiktir oder Katar geräuchert Feuer ist es aber die Idee ist dass die Innereien von dem Tier die werden dargebracht weil vom Inneren her wir haben jetzt Buße getan wir sind reumütig und dieses Herz war das auf dem Altar das ist ja der Import von Nieren und Leber die Innereien sozusagen das Innere ist ja zu Gott gekehrt und das geht als Geruch auf zu Gott weil diese Haltung da ist aber das Tier Leib des Tieres das wird verbrannt das heißt das Fleischliche muss sterben damit diese Beziehung wieder hergestellt wird das ist eine Prämisse bevor Vergebung gegeben werden kann dann wird das Tier rausgebracht da wird es ganz verzehrt von dem wird nicht gegessen wie üblich bei den anderen Opfern denn man kann ja jetzt nicht von der Sünde essen dennoch ist es ein Opfer welches ja geweiht war für einen Dienst oder für einen Zweck in der Opferung zu Gott es wird an einen reinen Ort gebracht nicht also auf dem Müll du siehst du auch dass die Schuhe ist außerhalb der Stadt gegangen Hebräer um für uns zu sterben um sein Leben aufzugeben um sich als Opfer darzubieten und dann wurde er gelegt in ein Grab welches noch nie benutzt wurde an einem reinen Ort er hat das alles erfüllt und so wird dann dementsprechend das Tier außerhalb des Lagers verbrannt nach dem Schutthaufen der Fettasche und soll ihn auf Holscheiter mit Feuer verbrennen auf dem Schutthaufen der Fettasche soll er verbrannt werden macht Sinn das ist wie mit dem Sündopfer umgangen wird und dieses zu sehen wenn du das siehst ist der Import ganz klar die Sünde kann nicht an mir haften das darf ich nicht normal machen ich muss aufpassen wie meine Beziehung ist zu Gott ich möchte wahrhaftig opfern damit meine Opfergaben vor ihm wohlgefällig sein können muss ich nicht mit der Sünde aufhören ich kann nicht in der Sünde leben und wenn man dann sowas sagt wie es gibt keine Gnade für Sünder oder Gott liebt den Sünder nicht dann kommen sowas wie aber wir waren doch Feinde aber wir sind doch alle Sünder gewesen ja waren wir müssten jetzt aus dieser Gesinnung raus es ist ein Appell und eine Warnung an uns warum Feuer alles wird durch Feuer geläutert alles wird durch das Feuer verzerrt auch ein Sinnbild für den Geist Gottes der uns immer wieder läutert und leitet und im Kern ist es dass die Innereien das Liebliche was aufgeht ist die Herzenshaltung mit Gott wandeln zu wollen auf dem Altar bleibt aber Asche und der Überrest also sprich der ganze Schlacken was an uns haftet das muss alles verbrannt werden im Kern was überbleibt ist der charakterliche moralische Kern der geformt ist im Abbild Gottes das ist was auf dem Altar aufgeht und das bringen wir dadurch unsere Opfergaben in einem Leben welches praktisch ist ich werde zum Abschluss nochmal ein zwei Sätze dazu sagen ich mache jetzt mal mit dem Ascham weiter Schuldopfer geh auf eine Besonderheit da jetzt ein und hoffe du hast bis jetzt eine gute Übersicht bekommen über was diese Opfergaben uns sagen also Schuldopfer ist jetzt wenn jemand Schuld auf sich geladen hat hat etwas veruntreut leichtfertig etwas gesagt oder geschworen oder versprochen oder etwas veruntreut aus den Dingen die eigentlich dem Allerhöchsten gehören oder seinen Nächsten alles wird als eine Schuld gesehen hat sich mit etwas Unreines etwas angefasst was nicht rein ist das ist ein Schuldopfer es wird wie ein Sündopfer behandelt in diesem Fall beim Schuldopfer um jetzt da Sündung zu bekommen da konnte er auch eine Turteltaube oder das bringen was er was er konnte allerdings wenn auch seine Mittel nicht ausgereicht haben für selbst eine Turteltaube dann durfte er ein Speisopfer bringen in dem Fall dass er ein Speisopfer bringt da war die Bestimmung dass kein Öl drauf gegossen wird denn das ist kein Geschenk für Gott das ist der Unterschied wenn er ein Speisopfer bringt das wird nicht behandelt als ob es eine Opfergabe ist was Gott wohlgefällig ist da ist kein Öl kein Weihrauch drauf das ist nicht was als Gebet aufgegeben wird als wohlgefällig vor Gott sondern hier wird für eine Schuld gesühnt und im Prinzip ist das praktisch wenn man heute mit jemandem vielleicht einen Disput hatte und man will es wieder gut machen was nützt es nur zu sagen komm ich schwamm drüber vergessen es es ist besser man denkt immer nach wie kann man es praktisch wieder gut machen kann man irgendwas bringen kann man irgendwas sofern es gerechtfertigt ist in manchen Instanzen auch wurde ich mal gesagt da versuchen Menschen mit Christen vielleicht eine Verhandlung da zu starten in der Hoffnung dass Christen sind ja generell dumm man kann die ausnehmen die sind immer so freundlich und die würden nichts sagen weil die sind ja immer so heilig und wenn man sie vielleicht ausnehmt dann hätte man da leichte Beute das ist nicht was ich meine und deswegen könnte der Import heute sein dass wenn jemand das ausnutzen möchte dann würde er zum Christen sagen ich fühle mich da nicht ganz gut behandelt und ihr seid auch immer dafür ihr Christen dass die Beziehungen zwischenmännlich passen für mich hat das nicht ganz gepasst da müsst ihr vielleicht noch was dazu geben oder man klingelt bei einem Christen und sagt so kenne ich auch solche Fälle ihr seid doch dafür bekannt dass ihr auch Rechnungen bezahlt wenn man mal nicht kann ihr hilft doch bestimmt aus der Patsche oder ihr Christen ihr seid so lieb wir haben gerade Not ja hilft uns hier in Afrika oder sonst wo und dann die Gutmenschen sagen dann ja natürlich die Kinder in Afrika die leben ja mit den Giraffen und in Lehmhütten und die haben kein Internet und keinen Strom und da müsste man da alles hingeben und waren aber nie da um mal vor Ort zu sehen ob das stimmt was da gesagt wird und dann die Christen sind ja immer so lieb und ich kenne auch so Fälle von wo jemand da immer wieder kam und hat gesagt aber aus der Gemeinschaft und da wir ja in einer Gemeinde sind dann müsst ihr mir jetzt aus der Patsche helfen es wäre eure christliche Pflicht und dann hat man das lange ertragen und dann kam das Verständnis der Tora und dann wurde man befreit und konnte sagen nee nee sieh du mal zu dass du diese Sachen jetzt hinbekommst du hast ja einen gesunden Menschenverstand bekommen von Gott du hast ja Fähigkeiten nutz die mal sieh mal zu dass du jetzt selber dich bemühst und komm nicht immer hier und versuch dass man dir aus der Patsche hilft weil du nichts dafür machst okay sieh du mal zu dass du diese Sachen bekommst und wenn das alles nicht funktioniert dann können wir immer noch reden und also das ist nicht was gemeint ist dass man jetzt da weil man ein gut Mensch ein guter Christ ist alles erdulden muss aber im Fall dass man seine Nächsten übervorteilt hat oder ausgenommen hat oder etwas veruntreut hat dann muss man schon drüber reden und auch das tun was zu machen ist ja wieder gut machen oder du weißt das du bringst jemandem mal Geschenke als Ausdruck dessen er braucht die Geschenke vielleicht nicht ja bringst da vielleicht irgendwie Schokolade oder Bergsenbrot er kann ja selber Brot kaufen das ist nur ein Ausdruck deines guten Willens und in einer Ehe da redet man ja auch miteinander wenn Dinge nicht in Ordnung waren und man versucht diese wieder gut zu machen also es ist ein praktisches ein Leben was wir leben wollen um in der Beziehung zu Gott zu bleiben und wenn ein Opfer da gebracht wird damit schließen wir ab vom Speisopfer das wird nicht als Gebet behandelt als Gebet behandelt ja da kommt kein Weihrauch oder Öl drauf das sind nicht die Opfergaben die wir typischerweise da bringen wollen in einer Beziehung zu Gott das ist was diese Opfergaben uns sagen ist eine ein Import eine Warnung denkt drüber nach denkt dran makellos war das Opfer deine Hände aufgelegt du hast dich doch identifiziert damit es ist ganz aufgegangen und es wird dir wohlgefällig sein lass dieses Ganze hinter dir und komm in der Beziehung zu Gott denn was am Opferaltar da redet er mit uns also wenn Gott mit uns am Opferaltar spricht oder sogar so wenn Gott nur am Opferaltar mit uns spricht wir aber seit 2000 Jahren ungefähr keinen Tempel mehr haben und wir haben kein Altar mehr wo wir diese Dinge darbringen und damals war es auch so dass die Dinge die wir darbringen die wurden ja gewonnen aus unserer Arbeit Tiere die wir gehalten haben die haben wir kultiviert oder das Feld haben wir haben wir da beackert und wir haben eine Frucht nach Hause gebracht und dann aus dieser Frucht haben wir was geopfert um Gott unsere Herzen zu zeigen um das praktisch darzustellen was wäre dann heute der Fall viele Auslegungen und es gibt viel Material darüber viele wählen auch nicht konkret es anzusprechen was würde es für die Belegschaft heute heißen und ich verstehe auch weswegen weil es hat sich da eine Gruppe eingeschlichen in den Reihen der Gläubigen die halt unterwegs sind und sagen sowas wie naja alles muss immer bettelarm sein und alles ist kostenlos und umsonst habt ihr es bekommen umsonst sollt ihr es darbringen also es sind keine Kinder Gottes es ist eine Otternzucht und eine Botschaft auch als der Messias geboren wurde die spricht laut und deutlich zu uns der Messias kommt um sich aufzuopfern für uns und er wird geboren im Haus des Brotes Bet Lechem aber die Welt die ja diese Erlösung so braucht dieses Brot so sehr braucht diesen Mittler so sehr braucht wie hat die Welt ihn empfangen wie haben die seinigen ihn empfangen kein Platz in der Herberge kein Platz der Erlöser wird gerade geboren kein Platz der König ist gerade da naja dann muss er halt im Stall geboren werden also die Haltung dass das Reich Gottes arm und unschäbig bleiben muss kommt aus der Welt nicht aus den Reihen der Gläubigen denn die Gläubigen die Weisen aus dem Morgenland als sie gehört haben dass der König ist geboren dann kamen sie und haben Gold gebracht Jeschua liefert nicht rum mit Goldketten und die Pastoren die du kennst die laufen ja auch nicht in Prunk und Dekadenz herum aber dass das Reich Gottes typischerweise immer arm und in Lumpen sein muss das kommt nicht aus Gott in vielen Fällen ist das eine Konsequenz dass wir nichts anderes können ja dass wir jetzt da mit dem Nötigsten jetzt auskommen müssen und wir wollen trotzdem weiterhin am Evangelium arbeiten das kann sein und das kann auch dementsprechend ein Resultat sein aber ich sehe dass das kommt daher dass viele in der Gemeinde die sich da eingeschlichen haben es nicht verstehen wollen oder auch dass die Gläubigen teilweise nicht richtig agieren und haben dieses Bild vor Augen das alles muss nur so kläglich sein wie es ist also ist nicht das richtige Verständnis denn die Menschen wenn sie ihren Ertrag gewonnen haben die haben für so viele Dinge sonst Zeit nur nicht für das Reich Gottes die haben für so viele Dinge Ertrag und Güter über Jahreskarten für irgendwelche Parks oder Jahreskarten für irgendwelche Dinge die man macht und man bucht da schöne Urlaube und man macht diese ganzen Dinge und wenn du sagst aber das Evangelium dass wir vielleicht mal in der Gemeinde ein gutes Übersetzungsprogramm haben oder mal jemanden einladen oder dies oder jenes machen und sagen nee also kein Aufriss kein Aufriss das muss alles ganz normal sein und die Basics wir müssen demütig bleiben naja aber ihnen geht es ja sonst gut und da muss ich selber überprüfen wie wird er jetzt für sich beweisen dass er in diesem Dienst in dieser Beziehung zu Gott lebt denn er stimmt ja überein mit dem Brandopfer Altar er will ja dass das Werk Gottes nach vorne geht wie macht er das praktisch was trage ich dazu bei am Leib Christi das muss ein jeglicher und soll ein jeglicher für sich entscheiden und dass dieser Transport und der Geist in den Opfer gab dass der höher zu beachten ist als dass ich nur ab hake ja ich habe geopfert mein Herz dahinter ist das was Gott begehrt ich hoffe dass dieser Abschnitt für dich ein Segen war dass du was daraus lernen konntest und wir gucken uns ein paar Bestimmungen an zu der Reihenfolge in der nächsten Portion so der Herr schenkt das war die Portion Vayikra darauf folgt die Portion Zaff bis zum nächsten mal Friede sei mit ihr